In unserer neuen Ausstellung dreht sich alles um den Hut. Sie heisst alles unter einem Hut, Hüte, Helme, Hauben. Wer trägt was, warum? Warum haben wir einen Führweh-Helm auf dem Plakat? Was hat das mit dem Museum zu tun? Oder was haben die Flitterwochen mit Kopfbedeckungen am Hut? Diese und viele andere Fragen werden wir versuchen in dieser Ausstellung zu beantworten.